Ich bin Stefan von den Fun Loots und heute haben wir was ganz besonderes ausprobiert. Wir haben Ski gebaut mit zwei Bindungen. Wir wollen mal schauen, ob man damit die Ski-Festorunde kommen kann. Und los geht's! Okay, wir machen einmal so ganz lange Slalom-Kurfen. In die Richtung. Oh! Oh! Und Pizza! Und Pommes! Oh ne! Es ist kaputt! Nein! Aber auf jeden Fall geil, hat Bock gemacht. Wir haben das jetzt hier leider kaputt gemacht nach einer Abfahrt. Nach 20 Sekunden. Nach 10 Sekunden. Jetzt mit Ski hat das nicht so gut geklappt. Aber wir haben jetzt einfach so noch eine gute Zeit. Was ist ein кадronischer? Oh! Vielleicht geht's! Hau! Oh! Ah! Oh! 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 Wir werfen das hoch und der, der als letztes Weltkrieg hat gewonnen. Tammy, was geht ab? Alter, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Ich habe hier drei richtig alte Skis. Guck mal hier. Guck dir mal die Bindung an. Was ist das bitte? Guck mal, das ist einfach ein Holzski. Ein Holzski. Die Fall der Wahl. Jetzt muss entschieden werden, wer zuerst fährt. Stink, schlack, schluck. Der gute alte Stein. Jeder nimmt Stein. Stink, schlack, schluck. Oh, David. Seid ihr es aber. Was ist das? Ja. Ich mache das. Die Stein ist sehr, sehr gut. Und das ist eine große Bindung. Dramatische Eisenbahnhof. Richtig sauber, die neue Schleiftechnik. So, die Ski sind jetzt einmal, kommt er durch. Ich würde sagen, war eine gute Zeit. Richtig durch, war eine geile Zeit. Und wir sehen uns nächste Woche, bis dann. Oh! Oh! Ouch!